Willkommen zu diesem kleinen Infovideo. Ich habe heute morgen den PC angemacht und gesehen so, wow! Steam hat mir einfach mal so 25 Dota 2 Versionen geschenkt, die ich einfach mal vergeben kann. Und ja, jetzt kommt ihr ins Spiel, wenn ihr Abonnent seid und wollt so einen Dota 2 Key haben. Dann addet mich bei Steam mal. Ihr müsst da suchen unter Mammut, dann der Typ mit dem Mammut Logo halt. Und einfach mal bei Steam adden, damit ich euch das Spiel zuschicken kann. Und ja, das war es eigentlich auch schon, was ihr dafür tun müsst. Es sind 25 Keys, ich weiß nicht, wo ich damit anfangen soll, darum verschenke ich sie. Also bin ich mal gespannt, wer so ein Ding haben möchte und ja, viel Spaß damit!